Herzlich willkommen zum KRONE Gold Report. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin heute im Gespräch mit dem Geschäftsführer von Philorum, Mag. Rudolf Brenner. Schön, dass Sie bei uns sind. Grüß Gott. Herr Mag. Brenner, Ihr Gold ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnet, mit Preisen, mit Awards. Und Gold weckt natürlich Emotionen, Gold weckt Begehrlichkeit und das seit vielen tausenden Jahren. Vielleicht lassen Sie uns ein bisschen einblicken in die Geschichte des Goldes. Gerne. Gold steht seit tausenden Jahren als Synonym für Werthaltigkeit, Beständigkeit Macht und ist ursprünglich eigentlich nicht auf unserer Erde zu finden gewesen. Also Gold kam durch Meteoriteneinschläge auf unseren Planeten und hat sich dann im Laufe der Millionen Jahre in die verschiedenen Gescheinsschichten begeben. Und es ist interessant, dass jede Hochkultur, die es in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, bis zum heutigen Tag, immer dadurch ausgezeichnet war, dass sie über einen riesigen Goldbestand verfügt hat. Also wenn man sich zum Beispiel die Industrienation schlechthin, die Vereinigten Staaten von Amerika anschaut, ist das immer noch, auch heute, im Besitz des größten Goldschatzes. Also sind ungefähr 8.000 Tonnen. Oder die Deutsche Bundesbank mit ihren 3.500 Tonnen. Die Chinesen, die aufschriebene Macht, jetzt mit auch steigernden Goldreserven. Und das hat sich durch die menschliche Evolution immer durchgezogen. Das heißt, Ägypter als Hochkultur, riesige Goldschätze, die Inkas, im Mittelalter ein afrikanischer Fürst, Musa Mansa hieß der, den Namen noch nie gehört, aber einer der reichsten Menschen der Geschichte mit einem inflationsbereinigten Goldschatz, laut heutigem Stand, von 400 Milliarden Dollar. Also vielfach reicher als Bill Gates beispielsweise. Und das hat einfach das Synonym für Gold geprägt und hat sich bis heute so bewahrheitet. Sie sagen bis heute, auch jetzt ist es noch so, in schwierigen Zeiten vertrauen die Menschen auf Gold. Und dazu kommt natürlich der stabile bis sehr hohe Preis auf dem Weltmarkt, der die Goldförderung auch weiter vorantreibt. Sie sagen jedoch, teils mit erheblichen Problemen für Umwelt und Mensch. Ja, also da hat sich Gott sei Dank sehr viel getan in den letzten Jahren. Der Abbau ist oft mit Problemen behaftet. Also es wird sehr viel Quecksilber eingesetzt, Zyanid. Es wird gesprengt. Also die Natur wird hier nicht geschont. Deshalb gibt es eine Reihe von sehr etablierten Unternehmen, die auch jetzt immer mehr dem Umweltgedanken Rechnung tragen. Es gibt Zertifizierungen und es gibt einfach das Bestreben, hier das Gold auch für die Umwelt schonend abzubauen. Und das ist im Gange und hat sich bereits vollzogen. Sie sagen ja eben, der Goldabbau braucht strenge Regeln, um eben diese Schäden für Menschenumwelt zu vermeiden. Und da gibt es diese LBMA-Zertifizierung. LBMA-zertifiziertes Gold. Was bedeutet das genau? Also der LBMA-Standard, das ist eine Zertifizierung, der eben von der größten Vereinigung, die eben im Bereich Gold existiert, die London Bullion Market Association, als synonym dafür steht, dass gewisse Kriterien erfüllt werden. Und diese Kriterien und Auflagen sind so hoch und herausfordernd, dass es eben nur international renommierten und etablierten Unternehmen möglich ist, diese Kriterien zu erfüllen. Und die LBMA als Vereinigung hat sich auch auf die Fahnen geheftet, eben die Umwelt immer mehr zu schonen und hier bessere Bedingungen zu schaffen und hat eben Rahmenkriterien aufgestellt, denen sich die Mitglieder unterordnen müssen. Und der LBMA-Standard ist deshalb so wichtig, weil es für den Interbankenhandel eine Voraussetzung ist. Wenn man weiß, dieser Standard wird erfüllt, dann erfüllt man ein gewisses Qualitätskriterium. Und wenn man mit Banken handeln will, also auch Banken untereinander, muss dieser LBMA-Standard erfüllt werden. Kann man da schon sagen, wie weit nimmt denn die Überwachung der LBMA und auch der OECD denn jetzt schon Einfluss auf die Verbesserungen der Arbeitsbedingungen vor Ort? Also sehr stark, denn die Hersteller, die den LBMA-Standard nutzen, die werden jährlichen Audits unterzogen. Also da rücken wirklich die Leute an. Und das ist eine ganze Mannschaft, die jeden Prozess prüft. Und da gibt es eben auch dann keine Schlupflöcher, wo man sagen kann, okay, man schleust etwas ein. Also wenn es Skandale gab und wenn einmal irgendwas an nicht ethisch hundertprozentig korrektem Gold eingeschleust wurde in die Kette, ist das immer aufgeflogen. Insofern ist das eine sehr streng regulierte Behörde. Wie erfährt denn jetzt der Goldkäufer oder auch ich als Privatperson am einfachsten, ob es sich sozusagen um nachhaltiges Gold handelt? Genau. Also sicherlich ein Kriterium ist das Schmelzerzeichen. Sie finden auf LBMA-Zertifizierten Barren eben dieses Schmelzerzeichen, das ist das Melter-Essayer, wie es zum Beispiel Filoro-Baren oder die Münze Österreich-Baren aufweisen. Daran erkennt man, dass es eben dieser Zertifizierung unterliegt. Es gibt natürlich auch auf den Herstellerseiten Ethikkodex, Code of Kontakt und was auch immer. Das kann man sich durchlesen, dann weiß man, okay, wofür steht eigentlich ein Hersteller. Das Internet bietet sehr viel Transparenz. Also man hat umfassende Möglichkeiten heutzutage, um sich da auch zu informieren. Gold quasi kann von der Mine bis zum Barren ein nachhaltiges Investment sein. Vielen Dank für das Gespräch, Mag. Rudolf Brenner. Gerne. Und Ihnen herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal beim KRONE Gold Report. Machen Sie es gut. Auf Wiederschauen.